Bernerinnen und Berner, ich glaube eine Zeit nach Corona, ich hoffe, dass sich viele wie ich auf das erste Konzert in einer neuen Festhalle freuen. Trotz schwieriger Finanzen, die 15 Millionen sind gut investiert. Berner ist ein Messerplatz, Berner ist Wirtschaftsstandort. Wir kreieren Arbeitsplätze, wir können Konzerte, Messen, Kongresse durchführen. Es kommt etwas zurück für das Geld und ich hoffe, dass der Kanton mitzieht und ebenfalls 15 Millionen beisteuert.